Wir haben auch selber beim Drehen sehr viel Spaß und macht uns auch manchmal ein bisschen Bock. Aber jetzt mal, Bruder bei die Fische. Hallo, was geht? Hier sind wieder eure Brettspiel-Buddies, Martin und Basti. Hi. Und man, was bin ich froh. Wir sind zurück aus dem Urlaub Anfang September. Vielleicht sieht man es, ich bin ein bisschen grauen geworden. Aber was war denn da bitte los? Wir haben einfach mal in der Urlaubszeit mit unserer Top 20 die 1.000 Abos geknackt. Und deshalb ist natürlich unsere erste Amtshandlung jetzt nach dem Urlaub. Da muss ein 1.000 Abonnenten-Special her. Hey. Ja, und was haben wir vor, Martin? Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall mal, weil wir ja auch einige Anfragen hatten, könnt ihr nicht mal ein Outtake-Video machen, gibt es einmal jetzt das Outtake-Video von uns. Und wir haben es jetzt so aufgeteilt, dass wir erst die Outtakes zeigen. Nicht alle, sondern so ein paar. Und dann wird eins ein Gewinnspiel geben, weil wir uns wahnsinnig bedanken wollen über euren Support. Und dass wirklich so viele uns abonnieren und liken und tolle, fantastische Kommentare schreiben. Auch was für Kommentare. Unfassbar viele Buchstaben, Wörter und so viel Liebe dahinter. Und das ist echt so genial. Und dann geht es weiter noch mit weiteren Outtakes. Und ja, haben da einiges vorbereitet. Und lustige Sachen, glaube ich. Ich glaube auch, also habt eine Menge Spaß. Schaut den ersten Teil und dann sehen wir uns gleich. Bis dann. Arte Runde Feuerwerks, das wir jetzt hier machen. Den Schrieben. Ey Sascha, wir wollen unbedingt da. Mit dir, mit dir. Bündchen, hau dich bitte hin. Genau, also das ist so das Grobe, was man macht. Und dann halt die Charakterentwicklung vor allem. Bündchen, mein Süßer. Er kommt davor. Bist du auch bei Tumani Bons dabei? Bündchen, haust du dich nochmal kurz hin? Bitte. Ist auf jeden Fall ein Haar... Ist auf jeden Fall ein Handgetrieben. Ich dachte Kartengetrieben. Ja, Karten. Handgetrieben. Ich habe heute bei Handgetrieben. Dieses Brettspiel wird noch Handgetrieben. Aber irgendwann ist es halt auch ausgenudelt. Jetzt habe ich es mal wieder bei der Brettspieler. Bei der was? Bei der Matze hier. Ab wo ausgenudelt? Nee, nee, nee. Wir haben nichts ausgenudelt. Ich würde es gerne noch tauschen. Achso, willst du Pilot sein? Na, wegen der Supergleichkeit. Du bist vollkommen richtig. Willst du Pilot sein? Das will ich gar nicht. Ich dachte, ich kriege jetzt noch ein. Fertig. Hello, was geht? Hier sind wieder eure Brettspielbuddies. Und passend zum... Nochmal. Zum Better Board Games, wollte ich sagen. Vieres Monats. Dann gehen wir über zu den... Ich trinke mal kurzen Schluck. Dann gehen wir über. Wir haben am Sonntag... laut auf den Weed geguckt. Herr auf der Ringe. Herr auf der Ringe. Pass alle drei Teile gleich. Also noch mal gut. Einfach einmal würfeln und du kurz einsetzt. Wir können dabei reden. Ja. Dann kannst du sagen, okay. Nein, hier wird nicht geredet. Wenn die Würfel eigentlich ist. Soll ich noch auf den Korn machen? Nee. Ich mach einfach... Willst du denn als One-Take? So ein Cut ist halt blöd. Scheiße, Mann. Das ist mir egal. Ich bin halt so ein Bad Boy. Das ist mir egal. Stehe ich drüber. Willst du das als wirklich einer One-Take? Ich muss das One-Take versuchen. Hello, was geht? Hier sind wieder eure Brettspielbuddies. Martin und Basti. Und heute haben wir... Ein juckendes Auge. Ein juckendes Auge. Augen trocken. Was gibst du dem für eine Bret? 3,3. Kannst du das empfehlen? Ich würde sagen, das ist ziemlich ansteckend. Das ist juckende Auge? Ja. Das will ich aneinander weitergeben. Dann kommen wir zu einem etwas größeren Spiel. Nämlich Pan Am. Ich mach's schon mal richtig. Musst du das nochmal neu machen? Nein. Das kannst du ja machen. Ja. Also ich wollte nur nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ich find's auch thematisch gut und sowas. Denke aber, dass ich halt ein paar Mal spielen. Na, das ist halb. Tuf. Das werden wir ausschneiden. Alles gut. Na, wir werden da weg. Das ist blöd. Eieiei. Was ist denn? Falsch rum. Und das ist bei dir? Oh nein. Wann da los? Eieieiei, eieiei. Was ist hiermit? Wird noch gemacht jetzt oder nicht? Ja. Klar wird das noch gemacht. Wie kann denn das sein? Ich bin stark enttäuscht von mir. Wie kann man das falsch machen? So. Die eine fand es eher so naja. Also die Frau von Anne. Äh, die Frau von Anne. Die Frau von Anne. Die Frau von Benni. Ich bin da mal. Dankeschön Benni übrigens dafür. Gut. Was Benni? Von Benni habe ich den bekommen. Das Spiel. Haben wir dich beide geschenkt? Ich glaube, ich habe es mitgeschenkt. Ach, du hast es mitgeschenkt? Ach, ich dachte, weil Benni mir das gegeben hatte. Dachte ich, das habe ich noch von Benni. Das ist ja frech. Dir auch. Danke. Ich dachte, dass ich das jetzt bräuchte. Aber hat Benni noch großkotzig gesagt. Ist ja auch schön, dass die Kamera mal nicht aufs geht. Welche? Ich sehe es ja jetzt immer blöd. Diesmal blinkt es mir, glaube ich, auch genau in die Fresse. Es ist in die Fresse. Es blinkt mir in die Fresse. Also wer das Ding kriegt und das rausfindet, der kriegt auch was. Der kriegt einen Tritt in die Eier. Wow. In die Spinneneier. Die Blitze sagen, die haben mir irgendwie so komisch aus. Ich habe mich schon gewundert, die Blitze sagen komisch aus. Und dann, wo sind wir denn hier eigentlich? Und dann. Die Heilige Barbara. In Kutnaura. Um mein Ding ganz so scharf. Wie ist es denn, glaube ich, in Kugel? Trotz, ich habe schon unterhält. Und dann sage ich. Moment mal, wo sind wir denn hier eigentlich? Aber erst mal abnehmen. Ja. Abnehmen. Okay. Ich bin halt ein bisschen über... Also drüber. Über drüber. Über drüber. Über drüber. Ganz zwar nur eine Kamera, aber einfach fürs Feeding. Welche hat viel los? Das ist eigentlich... Mann, da habe ich aber den Fogel hier drunter, ey. Oh Mann, okay. Du kannst ja auch was anderes sagen. Nee, das passt schon. Hab ich den Hüt runtergeholt. Komm, ey. War gut. Das war gut. Das war nice. Das war nice. Und dann. Wollen wir reingucken? Bam, 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 bam. Wir können ja erstmal reingucken kurz. Ich bin hier, ob wir gerade Zeit hatten, die ist eigentlich am Arbeiten. Ja, Arbeiten. Arbeiten. Es sind 19.30 Uhr. Arbeiten. Letztes Mal hast du schon die Pulle angerissen. Ich glaube. Ich glaube. Was ist denn das für eine Situation? Das sind jetzt hier, ey. Und verarschen? Und dann... Verschaukel kann ich mich ja leer hier. Das ist ja eine richtig schöne Kneipe hier, muss ich schon sagen, ey. Ja, zumindest das haben sie hier. Scheiße. Und? Oh, ich bin rausgepiegel. Ich habe schon ein Hüppel bekommen. Das war ein Hüppel gestorben. Was ist mit deinem Helm? Sicherheitsvorschriften beachten. Hier ist Helmpflicht. Kramplätze müssen, weil ich denke... Kannst du den? Ja. Alter. Das sieht so gut aus. Das sieht man, weil der Tisch ist. Das sieht man ja nicht. Nee, ist er abgeschüttet. Wir haben endlich ein bisschen Silber aus dem Berger... Bergerberg. Bergerberg. Das ist schon zu stets. Siehst du, ich bin ganz aufgeregt, wo ich jetzt mit mir in den Schaustuhl muss. Hallo. Hallo. Wir haben hier ein bisschen Silber aus der Mine rausgeholt und würden gerne ein Grundstück und eine Baugenehmigung kaufen. Ja, da hätten sie... Moment. Ich warte, ich bin hier, ich gehe nicht weg. Super, Dankeschön. Hier ist das Gold und dann wird hier noch eine Baugenehmigung. Das Gold, warum ist das Gold? Das ist Silber. Aber gut, das kann man dann zusammenschneiden. Dann machen sie das doch nur und das. Gehen wir uns raus und so. Silber. Kuttner-Hora, unser Spiel des Monats. Wann kommt... Wann kommt da denn? Wann kommt da denn? Wann kommt da? Wann kommt da? Wann kommt da denn? Schöne Grüße. Wir gehen zurück. Das ist der Stadt des Silbers. Das war immer noch scheiße. In der Spielinteraktion. Wenn ihr mehr wissen wollt, guckt gerne in so ein Spielt-Video rein. Du Schlingel. Kuttner-Hora. Was? Bitte hör auf hier. Alles ist ein Wandel. Quatsch mir nicht. Kuttner-Hora, unser Spiel des Monats. Kuttner-Hora, unser Spiel... Jetzt ist es für den Wohnen drin. Aus dem Tagesthema. Jetzt ist es für den Wohnen drin. Ich begrüße Sie zu dem Tagesthema. Kuttner-Hora. Wetter. Silberhagel. Die Nachfrage steigt und so weiter und so fort. Man kann sich... Und so weiter und so fort. Wir haben schon keine Zeit. Wir müssen noch ein paar Bilder da reinklossen. explizit und so weiter und so fort. Kuttner-Hora, unser Spiel des Monats. Hängen geblieben. Hängen. Den nehmen wir gut. Den nehmen wir. Das war gut. Besser wird sich. Hello, was geht? Hier sind wieder eure Pressspiel-Buddies. Basti und Martin. Hi. Hi. Jetzt war sie dabei. Da habe ich nicht rechnet. Wenn ich mich auch begrüße, bist du... Dann war das schon mal ins Thema. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich halte aber über die Fresse, glaube ich. Dann halte ich mal. Nein, du kannst doch nicht heiß sein. Nein, jetzt bin ich auf high eigentlich. Ich halte jetzt die ganze Zeit. Ich habe so lange Pause, bis du heil seid. Okay. Herzlich willkommen bei... Hallo, was geht? Wir sind hier. Hier sind wieder. Hier sind wieder. Hallo, was geht? Hier sind wieder eure Pressspiel-Buddies. Basti und Martin. Hi. 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 Was haben wir denn heute? Was machen wir denn heute? Das sage ich nicht. Okay. Das war's. Spaß heute. Hallo, was geht? Hier sind wieder eure Pressspiel-Buddies. Basti und Martin. Hi. Hi. Scheiße, Mann. Hier, warum sage ich auch noch mal hi? Das war die Oben. Hallo, was geht? Du sagst so schnell. Hi. Ich möchte noch mal hi sagen. Ja. Ich dachte vorher nur hello. Hallo, was geht? Hier sind wieder eure Pressspiel-Buddies. Basti und Martin. Hi. Was ist das vertreten? Hier würde ich gerade... Basti, hi, Martin. Ich will nicht im Blick auf, was besser ist. Ich glaube wirklich hi, dann der nachher. Du hast doch jetzt ja schon mal 10 Outtakes. So schön. Ein juckendes Outtakes. Hallo, was geht? Hier sind wieder eure Pressspiel-Buddies. Basti und Martin. Hi. Und wir haben ja heute unser 5 Abonnenten-Zwelle. 5 Abonnenten-Zwelle. 5 Abonnenten-Zwelle. Den haben wir raus. Du, wenn ihr das weiter macht, dann fügst du ja einen weiter PC-Labonnenten-Zwelle. Das sind die Zeugen Jehovas. Weißt du, die gehen immer zur Tür und rechnen nie damit, dass sie reinkommen. Und dann plötzlich, da hat es geklappt, weißt du, dann schießt du in der Wohnung und scheiße, was war denn jetzt eigentlich der Text? Ja. Musst du die ganze Zeit schon wusen. Da kotzt er hier fast hin. Okay, dann... Oh, warte. Hat er das nochmal? Halt! Das ist vongefallen. Lieben Gruß, Basti. Peace. Ich sitze den schon mal warm fürs nächste Mal. So, nicht erschrecken. Einmal klatschen. Mach eigentlich nur einer, aber ist egal. Lass mich einmal ganz kurz klatschen. Dann wird der... Moment, jetzt muss ich ganz kurz... Warte, ganz kurz. Geberge... Oh, Geberge. Oh mein Gott, ey. Heute ist ja auch wieder viel los. Du merkst, also... Alles sieht wunderbar. Geberge finde ich super. Geberge. Mensch, sieh auch ordentlich Geberge. Ordentlich Geberge. Basti, das wird nicht reingenommen als Outtake am Ende. Ich find's gut. Ordentlich Geberge vor den Hütten. Und Geld dann häufen muss und wir am meisten am Ende des Geld... Moment. Am Ende des Geldes. Am Ende des Geldes, ja. Am Ende des Geldes. Liegt ein Honigtopf. Oh, weia. Da wir jetzt in letzter Zeit auch relativ mehr... So, dann kommen wir zum großen... Moment. Auch schon ordentlich. Ja, würde ich die Wurre werfen. Hast du bei dem Spiel verloren, dass du den Tisch umbauen kannst? Ja, so eine Scheiße. Man kann es so spielen, dass entweder man hat 20 gleiche Karten, die beide Seiten so haben, wie sie dann so ausliegen. Quatsch, Mann, was rede ich heute für ein Büscher? One, two, one, two. Mike, check, Mike, check. Stop the virus, don't stop the virus. Ja, das Brettspiel... Das Brettspiel hat sich dynamisch... Gibt's das Wort, Loh? Ich sag... Den Namen schon in der Begriff. Es hat ein bisschen Eigendynamik. Es ist ein bisschen abwechselnd. Hui. Hui. Kannst du klatschen? Klassisch, da ist ja mal kein Beifall. Hallo, was geht, liebe Marei? Das meine ich. Du Käse-Sumse, du. Danke für die Einladung. Oh Mann, ey. Das wird auf jeden Fall ein Outtake fürs Hausabonenz. Du Käse-Sumse. Meine Frau auch, ja. Ich hab's gerade in der Donne. Was hätte ich jetzt auch gesagt? Ich bin in meiner Rolle. Da geht's. Können wir mal erst... Meine Donne und Herren. Herzlich willkommen bei der Tagesschau. Und nun zum Bett. Es hagelt. Schläge von mir. Von meiner Frau. Morgen regnet's. Tränen. Test. Hallo. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Soll ich anfangen, oder bist du... Hallo, was geht? Hier sind wieder eure Brettspiel-Buddies. Scheiße, ich war zu früh. Ich war zu, ich hab schon geguckt. Hallo. Ein Schlückchen. Okay. Boi. Schwule. Okay. Jetzt bitte mal aufhören mit dem Quatsch. Wir müssen seriös wirken. Gefällt euch, was wir hier in unserem Video bisher distilliert haben? Distilliert? Distilliert. Distilliert. Distilliert haben wir sie. Kommen sie, ey. Distilliert. Gefällt euch, was wir hier distilliert haben? Oder... Nein, oder. Oder de-abonniert uns. Gebt ihr den Daumen runter. War der Part jetzt trotzdem okay? Nochmal noch. Okay. Aber ja, eigentlich fast. Und nicht Duell um die Mittelerde, sondern um die Mittelerde. Habe ich Duell um die... Duell um die Welt. Gott sei Dank habe ich nicht Mittelalter gesagt. Duell um die Mitte, Alter. Asmodee hat diesen Oktober schon angekündigt. Äh, Quatsch, hat nicht angekündigt. Für Oktober angekündigt. Asmodee hat für Oktober schon ein großes Projekt angekündigt. Duell um die Mitte... Scheiße. Jetzt habe ich den drin. Dauerhaft. Scheiße. Duell um die Mittelerde auch. Quark. Quark. Oh Mann, ey. Oh Mann, Scheiße. Jetzt habe ich das drin. Fuck, jetzt kriege ich mich raus. Das ist das Typische, was man halt immer wieder sieht. Ich sage nicht Knitzer. Reiner Knitzer. Ich könnte echt so ein krass... Nein, lass uns das Wort machen. Knitzer, der ist lieb. Das kommt dann safe wieder ins Auto, wie du das sehst. Und das ist mal das Schlimme dabei, wenn man jetzt irgendwas schon so vorrein denkt. Du so, oh yeah, mach ich weiter. Ja, also wir hoffen, der erste Teil hat euch schon mal gefallen. Ihr seht, wir haben auch selber beim Drehen sehr viel Spaß. Und macht uns auch manchmal ein bisschen Bock. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Tacheles. Gewinnspiel. Wir haben drei Spiele für euch vorbereitet, die wir jetzt gerne verlosen wollen. Und zwar mit dem Hashtag 1000. Seid ihr dieses Mal beim Gewinnspiel dabei? Bitte auch nur ein Hashtag. Oh ja. Der Einsendeschluss ist der 30... Der 29. Der 29. September. 9.59 Uhr. Also direkt bevor unser Video sonntags an den Start geht. Bis dahin könnt ihr Kommentare unter dieses Video schreiben. Und seid dann bei der Verlosung mit dabei. Die Auflösung der Verlosung erfolgt in unserem, ja, Jubiläums-Brettspiel-Roulette. Den 10. Spoilers, wie schon wieder. Spoilers. Und zwar direkt zu dem Sonntag der Spiel. Also zum 6. Oktober dann. Also viel Erfolg von meiner Seite schon mal. Martin, jetzt stell dir mal vor, was wir für Spiele haben. Mit dem Hashtag 1000 bekommt ihr eventuell... Da-da-da-da... Wikinger-Saga. Ein kleines, lustiges Familienspiel, was auch relativ gut sein soll, wo es darum geht, Szenarien als Wikinger zu bestreiten und Abenteuer, um dann nachher am Ende auf Valhalla oder in Valhalla, besser gesagt, den Sieg dann vollkommen zu holen. Und indem man vorher Siegpunkte holt und dann die meisten Siegpunkte, derjenige gewinnt dann auf jeden Fall. Soll ein schönes kleines Familienspiel sein und deswegen ist es bei uns mit in der Verlosung, genau. Genau. Was man hierzu vielleicht noch sagen kann, das ist ein szenarienbasiertes Spiel, was auch äußerst der Varianz hat. Du hast insgesamt neun verschiedene Szenarien und drei davon bindest du dann immer in dein Spiel ein. Das heißt, du hast schon ganz schön viele Kombinationen, wie du spielen kannst und wie du sagst, einfaches Familienspiel. Das ist halt quasi schon ein Brechspiel-Roulette, was du hier machst. Ein bisschen Brechspiel-Roulette. Genau. So, und dann steigern wir uns auch langsam in der Komplexität und das zweite Spiel ist dann kleine Völker großer Garten. Das sind vier Völker, die sich jetzt auf einmal in den Garten wiederfinden und sich dann losbauen wollen und gucken, okay, alles klar, wie bauen wir uns jetzt geschickt auf, um dann auch die Herrschaft im Garten zu gewinnen und alle anderen zu verdrängen. Und da baut man dann ganz geschickt seine Gebäude auf und ist alles so ein bisschen mit Transistorradio, wird dann genutzt und alles, was da mit so einem Garten rumliegt. Und ja, das sieht auch auf jeden Fall sehr, sehr nett aus. Können wir auch mal ganz kurz zeigen, wenn wir jetzt hier mäßig hier Brettspiel-Roulette mäßig machen. Sieht echt toll aus, schöne Grafiken, lustiges Knuddelthema und ja, hat uns auch, also haben bisher gute Sachen darüber gehört. Genau, also zwei bis vier Spieler, 60 Minuten, auch hier wieder. Jetzt wird es ja richtig nochmal ausgeführt. Und was bei dem Spiel wohl besonders sein soll, ich habe es selber auch noch nicht gespielt, du ja auch nicht, aber was bei dem Spiel besonders sein soll, dass du als Spieler, der dran ist, den nächsten Spieler bestimmst. Und sagen muss, wo er es machen muss. Und sagen muss, wo er es machen muss. Also hört sich auf jeden Fall ziemlich spannend an. Wenn euch die Komplexität von den beiden Spielen nicht reicht, dann kommt jetzt Brasil. Das muss so. Ja, muss ich erst mal verarschen. So, genau, das ist Brasil. In Brasil haben wir sogar schon gespielt. Es ist ein 4X-Spiel in Brasilien. Und ja, zur Zeit der Kolonialisierung. Und ja, hier streitet man gegeneinander um den Landeplan, der auch modular aufgebaut wird. Und du hast es noch nicht gespielt, ne? Ich habe es noch nicht gespielt, ne? Genau. Es ist auf jeden Fall cool gemacht, auch mit den Mechanismen, die man da hat auf seinem Playerboard. Das sieht man hier ganz wunderbar, was ich euch ja am Anfang schon so ein bisschen angedeutet habe mit der Rückseite. Und da macht man einen geschickten Auswahlmechanismus. Ich habe es nicht mehr ganz hundertprozentig darauf, weil es schon ein Weichchen her ist. Aber mir hat es echt gut gefallen. Und es kann auf jeden Fall sehr, sehr kriegerisch und sehr konfrontativ werden. Aber es ist ja typisch eigentlich dann bei 4X. Und es ist ein bisschen abgespeckt. Vielleicht, das dauert nicht ganz so lange. Ich glaube, wir haben so zwei Stunden gespielt. Aber es ist von der Komplexität schon ganz nett. Auf jeden Fall ein gehobener Kennerniveau, würde ich sagen. Schon für einige. Und ja, so haben wir das dann von ganz leicht Familienspiel-Kennerniveau bis zum erhöhten Kennerniveau. Genau. Das sind die drei Spiele, die ihr gewinnen könnt. Der geübte Auge, äh, äh, das geübte Auge, der geübte Auge, erkennt vielleicht diese Kombination. Das ist nämlich auch diese Überraschungsbox, die Spieleoffensive macht. Das ist, ich finde, auch eine ganz tolle Aktion. Und wir hatten das schon in weiser Voraussicht damals mitbestellt und dachten so, das wäre auch eine schöne Sache zum Verlosen. Und ja, wir hoffen, ihr habt einen wahnsinnigen Spaß damit und sind jetzt schon gespannt, wer es gewinnen wird. Und drücken ganz fest die Daumen. Genau. Ich würde sagen, noch ein kleiner Hinweis. Ist natürlich nicht gesponsert. Ist alles selbst bezahlt. Also, unsere Geschenke an euch. Hashtag 1000 in die Kommentare. Und mit ein bisschen Glück gehört eins von den Spielen bei euch. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil der Outtakes. Also, viel Spaß. Und so muss man versuchen, als Last Man Standing das Spiel zu gewinnen. Genau. Warum denn immer genau? Warum immer genau? Ach, ey, das ist nicht schlimm. Auch in Katan gibt man jetzt neue Wege. Kosmos hat für dieses Jahr angekündigt, dass Katan neue Energien rauskommen wird. In diesem bekannten Mechanismus von Katan kommen neue Spielelemente dazu. Es gibt zum Beispiel Windkraftwerke und andere tolle Energien. Und dort kommen noch Spezialevents dazu und neue Spielmechaniken, die das Ganze noch ein bisschen aufpeppen. Genau. Soviel zu Katan. Jeder Spieler hat einen Frosch, den er steuert sozusagen. und versucht dann, Fressen zu bekommen. Und das wird... Ach, das ist alles Kacke. Wenn man sich schon in der Ecke manövriert und schon weiß, dass man nicht mehr rauskommt. Dann haben wir noch einen interessanten Titel, der dieses Jahr gerade jetzt auf der Portlist... Nein, nochmal noch. Portlist auf der... In Stupor Mundi spricht man ein Vasallen von... Spricht man? Hab ich Spielt man, ne? Hab ich Spricht gesagt? Scheiße. Spricht man ein Vasallen. Für dieses Jahr wurde noch ein sehr interessantes Spiel vorgestellt. Jetzt gerade auf der Hotlist von Better... Äh, von Better Board Games. Ich verwechsel... Ich verwechsel die immer. Jetzt mittlerweile... Bei Board Game Geek sage ich immer Better Board Games. Bei Board Games sage ich immer Board Game Geek. Das ist ganz schlimm. Da gibt es 96... 96 Schallgaben. Tschüss. Darf ich ja noch ein bisschen was machen? Ja, ich hab gerade überlegt, dass wir die alle so schaffen, in einem Take. Wir haben das schnellste Einmalen. Ja. Das ist ja nicht, dass da ein Versprecher drin ist. Warte mal ganz kurz. Ist das realistisch für uns beiden? Nein. Ganz sicher nicht. Aber es ist halt so. Dann mach ich nur kurz ein, ob ich dir den Pass zuspielen. Ansonsten gehe ich mir gleich rüber. Nö. Nö. Mir ist einfach schon scheiße. Hello, was geht? Hier sind wieder eure Bretspiel-Buddies Basti und Martin. Hi. Scheiße, Mann. Ich hab ja gesagt, ich hab dich gewartet. Es ist jedes Mal. Ja, ich hab dich gleich gewartet. Es ist jedes Mal, dass du dich da wegpackst. Das ist wirklich. Morgen. Voll so schön. Ich warte so, wenn du sagst, hi, sag hi. Oder du sagst so, hi. Dann sagst du, fuck, Alter. Jetzt hab ich vorbereitet. Hello, was geht? Hier sind wieder eure Bretspiel-Basti. Bretspiel-Basti. Schon wieder. Da war er schon wieder. Ich glaube, die denken echt, wir machen es mit Abricht. Ich würde jetzt auch denken, wie wir sehen, 700 Mal. Okay. Nicht, dass man denkt, die finden wir scheiße. Sondern die haben wir einfach noch nicht gespielt. Als andere, was wir schon gespielt haben, finden wir scheiße. Knallert. Ist ja ein Video-Pornstall. Nein. Für mich scheiße. Dann mach ich nochmal die Überleitung zu dir, oder? Nö, ich mach einfach weiter. Ich hab ja ja gesagt. Ja. Also, was ich... Ja. Okay, doch. Ich hab ja gesagt, ja, Frau. Warte, ich dreh mich zu dir. Ja, und wenn euch gefällt, was wir hier so produzieren, an... Produzieren. Gut. Super. Warum winkst du? Weiß ich nicht. Kannst du auch schneiden. Juhu. Juhu. Okay. Ja, beschreiben wir uns in den Kommentaren. Guck, guck. Lass mich doch winken, wenn ich das... Ah, da war es wieder. Juhu. Super. So sieht es aus. Lass mich doch winken, wenn ich das Bedürfnis habe zu winken. Du rückst mir nicht so auf die Kamera. Das wird schon passieren bei dem Restspielkonferenz. Die burscht sich hier an. Bist du soweit? Ich bin soweit. Wie immer. Nicht wieder wegschmeißen. Ich wollte gerade anfangen. Ich hab's gesehen, ich hab schon den... Oh, die Auftakt. Juhu. Was geht? Oh, Mann. Bitte. Ich sag nur einmal vorher. Ich sag hi. Muss man sagen. Nicht wieder rausrasten, wenn ich... Ich dachte, ich dachte, muss man sagen. Achso, nein. Muss man schon sagen. Ich meine, ich meine, ich meine, hier jetzt mal. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Hello, was geht? Hier bin der... Oh, Mann. Schon direkt erst ein kurzer Auto. Ist das von dem Superclub? Doch, Superclub. Aber Rivals diesmal. Also von den Machern haben wir ein anderes Spiel? Ja, also ein Zwei-Personen-Spiel. Also ACZ. Ich bin auch gelöst. Und die Kampagne ist jetzt gerade live. Also du könntest vollkommen zuschlagen. Vollkommen zuschlagen. Nee, war mal weg. Sag einfach nur, die Kampagne ist jetzt gerade live. Ja, ist sehr gut. Und die Ankampagne... Die sehen dich nicht. Kein Problem. Das ist einfach nur an 10. Wer uns bei Meepleking gesehen hat, der hat gesehen, dass wir da schon zwei kleine Spiele von Reinhard Knizia vorgestellt haben. Oder haben wir das rausgenommen? Das ist gar nicht mehr. Iliad und Ijoar, die kommen am... Nee, doch, eins hast du mir da reingenommen. Hast du mir da reingenommen? Echt? Okay, dann... Dann lass ich es einfach noch. Die sehen dich nicht. Mach einfach. Also. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann klickt doch auf das verlinkte Video. Wir würden uns freuen. Das war kacke. Das war kacke. Ich gucke wie so ein Psychopathiker, da war so in die Kamera. Du zwinkerig. Das ist deutsche Zwinkerig. Okay, perfekt. Du solltest kurz warten. Ja, warte mal kurz. Das scheppert ja hier. So, jetzt. Jetzt kann ich... Ich versuche so leise wegzustellen. Ein handbasiertes Spiel. Handbasiertes? Ein handkartenbasiertes Spiel. Und Prag, so diese tschechische... Deutsche. Tschechische... 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 Diese tschechisch-deutsche Grenze. Geht das nochmal? Ich finde es so... Tschechische... Hamba Outtakes. Hamba Outtakes. Hamba Outtakes. Ich möchte... Warte mal... Tschechische... 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 Um die Sache abzurunden. Genau. Kannst du auch anders sagen, dass ich fett bin? Tschechische... 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 Hey, du. Gefällt euch das? Hey, hallo. Kommst du neu? Was ganz anderes ist so... Hallo. Wuhu. Vielen lieben Dank für alles und... ...dann bis dann. Warum sagst du denn dann bis dann? Warum sagst du dann? Tschüss. Was soll ich denn sagen am Ende? Ich bin gerade ein bisschen raus. Und wir machen weiter. Ja gut, du kannst ja weglassen. Dann kannst du noch wegschneiden. Und wenn euch interessiert, was wir sonst noch so gespielt haben... ...dann klickt aufs Video. Nein, noch mal. Ich will mich noch mal sehen. Den Benni. Den Junge. Muuuuh. Ja, ich weiß auch nicht genau. Die mögen irgendwie Sporttaschen-Geschmack. Bei Roma. Naja, oder. Mann, einfach knackig, Martin. Warum brauche ich denn? Oder ein. Ist nicht dein Ernst, Alter. Gut, dass es nicht im Take passiert. Das wäre richtig lustig gewesen. Brrrr. Alter, was ist denn? Das gesamte Ding ist einfach abgefunden? Ja. Ja. Da kann man sich im Traum auch solche Szenarien vorbreiten. Okay. Wie heißt das Programm? Und wie heißt der hier? Soll ich das Uprising dann sagen oder nicht? Oh, wo bin ich denn? Hier. Hier sieht es ja schick aus. Ja. Ja. Aber ich habe auch keinen Satz gesagt. So eine Frage. Ja. Sieht schon aus. Da gebe ich dir recht. In der Welt von Uprising geratet ihr zwischen die Fronten mehr Siegespuntenzug gegen wenn ihr es gemeinsam schafft. Da waren wir wieder das Wort am Fallen. Bei diesem Spiel gewinnt man an Erfahrung. Das Spiel gibt. In 9 von 10 Spielen gewinnt man an Erfahrung. Hallo, was geht? Hier sind wieder eure Brechspiel-Buddies. Basti. Hi. Und Martin. Scheiße, Mann. Ich war so lange gewartet. Das ist ja auch so. Hi. Ah, nochmal. Jetzt warst du immer schneller so. Hi. So. Hi. Im Flow gerade. Da war ich immer. Ben, alles gut. So war ich schneller. Nein, nein, alles gut. Jetzt bin ich noch vorbereitet. Das ist auch langsamer. Hallo, was geht? Hier sind wieder eure Brechspiel-Buddies. Hi. Spaß. Ein Vollidiot und ich. Warum mache ich die Scheiße nochmal mit ihm? Das war auch eigentlich eine klare Stellvorlage. So können wir jetzt nochmal. Bist du wieder allzeitbereit? Bist du immer bereit? So. Hallo, was geht? Hier sind wieder eure Brechspiel-Buddies. Basti. Hi. Und Martin. Mann, das klingt so komisch. Du, eigentlich hast du auch immer Basti und Martin und ich habe danach high gesagt. Sonst. Achso. Weil du ja so. Okay. Echt? Hm. Okay, das ist ja jetzt nicht mehr verwundert. Du hast einmal das zwischendurch gebracht. Dann habe ich doch auch noch einen Ruf noch gebracht. Okay, dann war es doch immer so. Okay, ich dachte schon, ich bin Vorkompetent. Okay, dann immer am Ende. Alles klar. Dann ist es eigentlich ein Trick. 7.35 Uhr. Nur für das Intro. Hallo, was geht? Hier sind wieder eure Brechspiel-Buddies. Masti. Masti. Masti und Barti. Masti und Barti. Barti. Ah, Mann. Hinter der Kamera die Leute zu sehen. Und... Weiter, Mann, das war doof. Hinter der Kamera. Sind ja wir. Sind ja wir. Vor der Kamera. Stimmt, ja eigentlich nur vor der Kamera. Aber es ist ja auch hinter der Kamera. Ist ja auch hinter der Kamera. Ist ja auch hinter der Kamera. Ähm... Körpergröße 1,82. Schuhgröße 44. Brot kaufen. Bananen. Ach nee, das war die Einkaufsliste. Ja, okay. Ich schwöre die ganzen Sounds drauf jetzt auf der Kamera vor dem Kühlschrank. Also rumschepper. Ist ja wurscht. Mä und so. Na, ich guck's besser. Marktcheck, markcheck. Bapp, 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 bapp. Nee, bei dir geht nichts. Was geht oder geht nichts? Jetzt geht was. Ja, jetzt geht was. Alles geht. Jetzt. So, wieder schweigen. Ach so. Warum klatschst du denn? Los, ja. Einfach in die Hände. Hallo. Wo sind Sie denn? Ich bin einer von den Buddys. Ah, okay. Ist das gescheuert? Ist das gescheuert? Ja, eine von den Buddys. Du bist richtig in mir, oder? Was ist denn hier denn? Wir müssen sie doch wissen, wenn sie... Du kommst einfach rein. Nee, ich hab gar keinen Termin, weil man ja der Assistentin. Die sitzt hier unterm Tisch. Es ist nicht so normal, dass du mal ohne Vorsitzende sitzt. Wir hatten ein wahres Fest mit Hakemoni. Na, warte mal. Ich hatte das auch selber so, irgendwo raus, das war kacke. Warum nicht immer? Yeah, aber kommst du so, bist da reingeflogen, Mann. Dann kann ich sagen, hi. Hi. Wo ist der Hi, wo ist der Hi, wo ist der Hi? Kleiner Hi. Was der wunderbar ist. Das ist aber extra blau angezogen. Ich hab extra... Wir haben uns aber beigedacht. Sehr glatt. Kann ich auch sagen. Wir haben uns halt thematisch angepasst. Wir müssen dich leider enttäuschen, dass Serge hat kein Johnson mehr ein Meerjungfrauenkostüm. Meerjungfrauenkostüm. Lass mich über den einbleiben. Einen guten Tag. Dink, tiri, tiri. Du kannst hier nicht. Bist du weit? Hm? Warte. Sorry, jetzt hat es gerade mal gejuckt. Jetzt hat es gerade mal gejuckt. Hey, einfach. Ich war eigentlich soweit. Jetzt hat es mal gejuckt. Bist du weit? Mh, verarscht. Jetzt gibt es hier oben. Das gibt es noch. Leinst nicht. Leinst nicht. Der Jogi. Oh mein Gott, ey. Hello, was geht? Hier sind wieder eure Brettspiel-Buddies Basti und Martin. Hi. Im wahrsten Sinne, hi. Und darauf kommen wir gleich später. Und, nein, fangen wir neu an. Das ist blöd. Darauf gleich später. Gleich später? Wenn ihr dran bleibt. Aber nur jetzt. Nach der Wahlpause. Basti, möchtest du vielleicht eine Fähigkeit nutzen? Ja, in dem Fall würde ich... Ja. Okay, nochmal. Alles gut. Fangen wir mal. Ich glaube, ich kann direkt losbringen. Hello, was... Entschuldigung. Sehen wir morgen schon auf die... Lass uns, das ist ja ein anderes Video. Long time no see. Da sind wir schon wieder. Nur kurze Zeit vor... Oh, der Bildteil. Pass. Nein, nein, nein. Ich wollte gerade auf die Uhr gucken. Thomas Gatman. Bi-ba-da-ba-da-bu. Okay. Ba-da-ba-da. Okay. Und die beiden hatten schönes Essen. So. Einfach Spaß. So, wir haben schlecht. Wenn du oder wenn wir noch... Jo. 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 So, da sind wir wieder. Krüme vom Pick-Up. So schön. Den Loot noch, ne? Machen wir nachher dein Fahrzeug. Was ist das? Looten wir machen, ja? Beim Fahrzeug. Ja. Gerade angesprochen, Krüme vom Pick-Up. Auch super asynchron. Also ich bin da echt... Asymmetrisch. Also ich bin da echt... Asymmetrisch. Nein, nein, das ist gut. Super asymmetrisch. Ich habe immer das Problem, asynchrone und asymmetrisch zu machen. Aber ihr wisst, also asymmetrische Fraktionen, wenn du schwere Spiele hast, versuchen vorsichtig abzustellen. Weil wenn du die so... Dann wackelt die Kamera wirklich. Okay. Ich muss dann immer die Kamera-Shake-Fake nehmen. Ist okay. Immer wieder, wenn ich den Effekt will, dann einfach... Oder ist es besser, eine App-gestützte Version zu ver... Die sind immer so... Ich kann mal so viel prognostizieren. Dann schaut mal in eine der nächsten Folgen rein. Da wird es bestimmt noch mal ein bisschen mehr besprochen. Okay. Du bist dran. Kommt? Spirit Island? Du in der nächsten Folge wirst du... Du wirst jetzt jetzt nicht... Ach so, in der nächsten... Ach so, jetzt war ich gerade wieder... Ach, okay. Okay, wenn ich... Mach nochmal hoch, dann machen wir ab. Hallo, was geht? Hier sind wieder eure Bretspiel-Buddies Basti und Martin. Hi. Und wir hatten ja letzte Woche eine Folge schon gemacht aus der Top 20... Top 20. Top 20. Top 20 schon. Was ist denn das hier? Das geht doch auch nicht ins Gesicht, Fable. 20 schon mit der Tüttelfarbe. Das geht wieder los mit der Top 20 schon. Soll ich einfach... Was? Das kann man doch wunderbar einschnüppeln. Lass mal so drin, sowieso. Mach weiter, bitte. Moderier weiter. Oh nein. Top 20. Der kann ja... Es hat ihn gekillt. Ich bin Top 20. Ich bin Top 20. Wir müssen Nothing Out'n' Lounge spielen, glaube ich mal. Oh mein Gott, okay. Also wenn du mir so wirst... Ich fühle mich heute so 20. Ich fühle mich gar nicht so eins. Wie viel haben Sie schon getrunken? Na ja, so 20 oder so. Ich bin okay 30. Ich bin noch 20. 20. Mensch. Okay. Okay. Alter, fighten. Oh mein Gott, ist der gut. Scheiße. Okay. Bist du so weit? Du nicht. Ich bin so weit. Ich versuche es. Ich gucke so schockiert darauf. Ich denke so... Du hast gerade Kutnahoge, aber muss ich auf etwas einsteigen? Oder direkt einfach sagen... Ich würde da den Schritt machen und dann... Okay. Einen harten Cut. Genau. Ja, dann... Äh, so jetzt muss ich ganz kurz gucken. Bei mir die Nummer 11. Wo habe ich sie denn? Wo habe ich sie denn? Oha. Moment, Moment. Bin gleich soweit. Äh? Kannst du drüber mal gucken? Was denn? Skyteam? Echt? Skyteam. Skyteam. Ich dachte jetzt Skyteam. Skyteam weiß ich jetzt auch gar nicht. Äh, wo ist es denn jetzt? Ist es genau dahinter? Weg. Weg ist es. Du musst eigentlich bekleinern und spielen. Ja, warte mal. Mal kurz schauen. Dann cutten wir es nochmal. Ja, wir brauchen es ja nicht cutten. Also, ja, wir cutten es, aber wir brauchen es nicht nochmal neu. Ja, hier. Ich bin noch hin und ich habe es noch nicht gesehen. Okay, dann stell es nochmal hin und dann... Ich liege es schon mal so. Guck, guck. Ich habe mir noch gedacht, das muss doch hier sein. Ich habe es hier irgendwie so, weil ich hier so war immer sehen. Na gut. Ich brauche eine, drei Sachen. Einmal die, ähm, die, ähm, die, ähm, jetzt wird mir gerade die... Siehst du, jetzt habe ich die... Die Bau-Lizenz? Die Lizenz, weiß ich nicht. Nee, Grundstücke. Grundstücke. Meine Güte. Dann gibt es natürlich die Gebäude, die man haben möchte. Und sich die, ähm, 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 scheiße, man. Bauplan. Bauplan, ja. Wie heißt es denn? Grundstücks... Nee, Grundstücks müssen wir jetzt nicht wieder bei Grundstücken. Der Bauplan. Ja, das Bauplan. Ich habe irgendwie ein anderes Kopf, äh, äh, anders Kopf, äh, anderen... Ich habe noch mal langsam, ich rede mich gerade in der Farge. Ich war gerade so, ach, sind wir gerade bei acht? Ja, aber ich war bei acht. Tapp, 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 ey, ich liebe das mit dem Top-Listen. Das macht so viel Spaß. Äh, 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 deswegen machen wir das von den anderen Königin immer. Nein, aber nur hat es wirklich, das macht wirklich Spaß, so eine Top-20-Liste, glaube ich, so. Ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr. So, wir hoffen, ihr hattet jetzt schon einen wahnsinnigen Spaß mit unseren Outtags und, äh, was wir da produziert haben. Und, ja, wenn ihr zukünftig nicht verpassen wollt, was wir so fabrizieren, dann lasst doch gerne ein Like da. Ein Abo und drückt auch eventuell auch die Glocke. Kling, kling. Und, äh, ja, wir hatten auf jeden Fall einen wahnsinnigen Spaß und möchten auf jeden Fall noch mal Danke sagen für alles. Also, es ist wirklich der absolute Wahnsinn, in so kurzer Zeit so viele Abos und Aufrufe zu haben. Damit haben wir niemals gerechnet. Und, äh, sind... Und auch die ganzen Kommentare sind mega cool. Ja. Also, wir freuen uns eigentlich über jeden Kommentar, über die Diskussionen, die wir dann über Spiele haben, über andere Themen haben. Also, finden wir echt super. Macht bitte weiter so. Oh ja. Es macht uns mega viel Spaß. Wir hoffen euch auch. Und, ja, in diesem Sinne. Ja. Warst du deine Ehre? Genau. Und beim nächsten Mal gibt's dann wieder ernsthaften Content. Denkt dran. Spiele gewinnen. Ihr könnt die Spiele gewinnen. Genau. Ciao. Ciao. Ja, mit dem Hashtag 1000 seid ihr dabei. Weil, 1000 Augen hin, logischerweise. Und? Und. Mit dem Hashtag... Ich hab dir jetzt auch ein paar Sachen gemacht. Oh, Entschuldigung. Was? Schon Outtakes im Outtakes. Ich hab dir. Ja.